Es ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl vor den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht, ob es Vorfreude ist oder Respekt, was da auf einen zukommt. Ja, das waren harte Spiele. Auch das Finale gegen Saarbrücken war unheimlich eng. Ja, den haben wir, denke ich, auch am höchsten eingeordnet. Währenddessen noch unser Hund gestorben, das war sehr tragisch. Da habe ich echt dran zu knabbern gehabt. Es war ein emotionaler Rollercoaster, würde ich sagen. Da habe ich ganz schön gelitten. Aber es war natürlich schön, das mit dem Erfolg abzuschließen. Und von daher immer eine Erinnerung mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden. Der Pokal war dann direkt zwei Wochen hinterher. Ja, das waren zwei wichtige Siege für mich. Auch gegen Calderano gewonnen, einen Top-Ten-Spieler mal wieder geschlagen. Und das sind immer so Erfolge, die man auch mal braucht, die einem Selbstvertrauen geben, die einen dann auch auf die nächste Stufe wieder bringen. Das hat uns auch alle sehr stolz gemacht. Und auch sehr erleichtert, weil bei so einem Rekordverein zu spielen und mal zwei, drei Jahre nichts zu gewinnen, da entsteht doch ein ganz schöner Druck. Deshalb war die Erleichterung schon sehr groß, vor allem nach dem Champions-League-Erfolg im Dezember. Aber das Triple jetzt zu holen, das hat wirklich das Ganze richtig schön abgerundet. Ich hoffe, dass das ein gutes Omen für mich ist. Ja, einfach viele Wettkämpfe jetzt kurz vor den Olympischen Spielen zu haben, weil das ist das, was ich brauche. Industriale Intelligenz Industriale Intelligenz Industriale Intelligenz Industriale Intelligenz Nenoch Nenoch Lesushi Trenge